Willkommen zurück zu unserem Wolkenkratzer, Teil 3 haben wir nun und es geht weiter, dass wir heute in dieser Folge unser schickes Dach bauen. Ihr seht schon im Hintergrund, ich würde sagen, Blöcke in die Hand. Auf geht's! Weiter geht's dir ganz einfach, dass wir uns erstmal ein bisschen weißen Beton rausholen, denn steinzige Treppen, wieder unsere thysen Glasblöcke, unser Heckrauer Beton ist wieder dabei, denn ein paar Quarztreppen, eine Eisentür ist dabei, denn ein paar polierte Schwarzsteinknöpfe und polierte an, die sieht und die Stufen davon, also Treppen und Stufen einmal vom polierten an, die sieht ein bisschen. Zuallererst wollen wir natürlich unser Dach erstmal so beginnen, dass wir erstmal unser weißen Beton nehmen und fangen erstmal auf unsere Etagen an, dass wir hier noch zwei weitere, ja, weiße Betonreihen uns einfach mal hier drauf platzieren. Sobald wir es geschafft haben, das noch um zwei zu erhöhen, sodass wir jetzt von unserer Dachebene noch hier insgesamt drei weiße Betonblöcke haben, geht's weiter jetzt hier bei unseren Verstärkungen, ne? Eine waren ja die Treppen, die anderen waren ja unsere Fahrstühle, die wollen wir auch noch hochziehen und zwar setzen wir das jetzt einfach mal insgesamt nur fünf Blöcke höher, als wir jetzt, sag ich mal, jetzt hier das hier haben. Also gucken wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha, perfekt. Insgesamt sind es natürlich sieben Blöcke, die wir raufsetzen. Wir können ja nochmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, kann man sehen, wie man möchte. Entweder sieben Blöcke raufsetzen oder halt so gesehen, dass wir hier fünf Blöcke höher sind, als wir das hier haben. Nach getaner Arbeit sollten jetzt unsere beiden Komplexe so erstmal aussehen, dass wir das ja alles hochgezogen haben, so, dass wir, wenn wir jetzt hier von dieser anderen weißen Beton-Ebene ausgehen, hier noch fünf Blöcke haben. Jetzt kommen wir mal zu unseren Steinziegeltreppen. Und zwar, wir haben ja an sich ja hier fünf Blöcke noch drüber und ihr könnt euch bestimmt jetzt vorstellen, dass wir jetzt hier genau in der Mitte jetzt noch eine Treppenreihe machen. Das heißt, wir haben hier nochmal zwei Blöcke und oben zwei Blöcke und dann können wir hier die mittlere Ebene davon nochmal mit unseren Treppen hier einmal bestücken. Das ziehen wir hier natürlich überall einmal ringsherum. Sobald wir das oben denn auf beiden Seiten natürlich hier mit den Treppen einmal ringsherum gezogen haben, sollte das denn erstmal so aussehen. Da flicke ich extra nochmal hier rum. So sollte das so ein bisschen aussehen. Dann geht es wieder weiter mit unserem weißen Beton. Und zwar fangen wir an, jetzt unsere Glasreihe bei unseren Verstärkungen auch noch reinzuziehen. Die letzten, ja, Reihen hier oben, die letzten drei Reihen hier oben können wir eigentlich hier mal zuziehen bei unserer Fensterebene in unserem weißen Beton. Und dann können wir auch gleich schon mal unsere Glasblöcke hier einmal nach oben ziehen. Das machen wir natürlich gleich wieder auf beiden Seiten, ne, immer schön synchron arbeiten. Dann brauchen wir nichts später hier nochmal uns überlegen, so wie war das noch. Also auch gleich hier zur anderen Seite und die letzten drei Ebenen hier mit unserem weißen Beton und unten dann nochmal mit Glas ausfüllen. So, das war natürlich noch nicht alles. Wir gehen mal in unsere Mitte hier von unserem Dach, nehmen wieder unser weißen Beton und wollen jetzt hier mal die Fläche mal zuziehen. So, ich würde mal sagen, ich lasse, obwohl, warte mal, wir machen ja hier an sich jetzt Türen rein. Da würde ich mal sagen, können wir hier in der Mitte einmal an der Seite einen reinziehen, eine Strebe, dann hier nochmal eine Strebe rein und in der Mitte nochmal eine Strebe. So, dass wir jeweils unten hier zwei Reihen offen haben. Denn da wollte ich mir eigentlich meine Türen reinbasteln. Einfach hier so ein paar Eisentüren rein. Dann ein paar Quarztreppen, wir haben ja leider noch keine Betontreppen, ne, sonst kann man gerne Betontreppen nehmen, wenn die schon geben sollte. Okay, dann setzen wir über unsere Türen einmal hin, Knopf rein, ne, dass wir auch hier einmal rein und rauskommen. Darüber können wir natürlich dann wieder hier einmal unsere, oh, man muss ja erstmal hier hochkommen, so einmal unsere Betonblöcke hier hinsetzen. Ja, und jetzt ist das so ein bisschen Geschmackssache, wie man das, sag ich mal, ein bisschen sich machen möchte. Man kann es jetzt so gerne lassen, aber das will ich nicht, sondern ich mache mir jetzt hier, sag ich mal so rein, dass das hier ein bisschen so eingebuchtet ist, ne, der Ausgang oder Eingang, ne, zum Gebäude. Dann kann man hier, sag ich mal, noch eine Treppenreihe sich langziehen und die letzten zwei Reihen hier, die fülle ich einfach mal aus mit meinem weißen Beton. So, dann komme ich schon einmal hier innen drin. Und zwar können wir einmal hier oben unsere Löcher hier, zack, einmal hier zuziehen. Das ist ja das letzte Stockwerk, ne, da können wir das ruhig zumachen. Und dann könnten wir eigentlich hier erstmal ein bisschen kürzer bauen, denn ich würde mir gerne jetzt hier einmal meine Decke hier reinziehen. Das heißt einfach, ich nehme mir meinen hellgeren Beton und muss mal einmal gucken. Und zwar würde ich einfach mal sagen, dass wir hier ein bisschen was wegbauen, so, das brauche ich hier mal weg, so ein bisschen. Weil ich hätte gerne einen Rand von nur zwei Blöcke. Ne, zwei Blöcke hier, zwei Blöcke da, zwei Blöcke dort und zwei Blöcke hier. So, dann lassen wir einen Block halt überstehen und den Rest hier, zack, können wir einmal unsere Beton-Ebene uns hier platzieren. Das ist dann, sag ich mal, das Dach wie Decke, ne, von unserer letzten Etage. So, letzter Block, schon ist es dicht. Ja, so sieht es dann oben erstmal aus. Man könnte noch vielleicht, wenn man möchte, das genauso machen wie draußen, dass wir hier so eine kleine Einbuchtung machen, ne, wie man rauskommt. Sieht vielleicht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, und dann sind wir hier schon mal fertig bei unserem Treppenaufgang. Gehen wir jetzt nochmal rüber zu unseren Aufzügen. Da würde ich genau das gleiche Spiel machen, das wir erstmal hier, müssen wir hier gucken, so. Erstmal hier, sag ich mal, sich den Eingang ein bisschen bastelt mit unseren drei Streben, die wir uns hier erstmal langziehen. Dann wollen wir natürlich auch hier wieder unsere Tür machen, weil da würde ich einfach genau das gleiche Prinzip machen. Ich sag mal, hier ist ja das Dach, hier hätte ja nicht jeder zutritt, von da ein paar schöne fette Eisentüren. So, Sicherheitsknopf. Na, kommen wir rein und raus. Wunderbar. Und dann müssen wir natürlich das hier auch wieder einmal zumauern, wie wir es natürlich auch auf der anderen Seite haben. Und hier würde ich einfach synchron alles nachbauen, also auch hier Treppen hin. Und auf der Innenseite können wir ruhig auch das so machen, dass das so ein bisschen eingebuchtet ist, ne. Da ziehen wir hier einfach mal die letzten Reihen einfach mal wieder hoch. Und nicht vergessen, über unseren Fahrstühlen würde ich auch nochmal hier schon mal unsere Betonreihen langziehen, ne. Wir haben ja hier, sag ich mal, ja, oder wie du das halt immer dir gemacht hast, ne. Bei mir ist ja immer hier so ein 3x3 Feld, ne. Und das machst du dir, sag ich mal, dann auch oben bei der letzten Etage. So, jetzt habe ich schon überlegt. Jetzt müssen wir eigentlich gar nicht mal so weit hochziehen, denn wir wollen ja hier drauf ja auch noch unser Dach einmal raufziehen. So, müssen wir hier mal wieder zwei Ebenen mal ein bisschen weghauen. So, auch hier vorne, ne, ne. Also, na, hier, guck mal, hier können wir noch die Löcher einmal wieder stopfen. Ne, wir sind der letzten Etage. Da sehen wir das ja nicht mehr so einmal zugemauert. Und hier gehen wir auch nochmal ein bisschen runter. So, dass wir, sag ich mal, auch hier einfach mal unsere Decke reinziehen können, dass hier noch irgendwie eine Blockreihe übersteht. Und den Gauenbeton einfach mal hier reinsetzen. Wunderbar, dann sind wir auch hier bei unseren Fahrstühlen fertig. So sieht das jetzt hier innen drin aus, noch ein bisschen dunkel. Aber die Fahrstühle bauen wir ja, sag ich mal, da drüben rein. Ich habe schon eine Idee, wie ich mir das machen will. Haha, da werden wir noch gucken. So, aber erstmal wollen wir noch das Dach hier ein bisschen mehr gestalten. Und zwar machen wir uns jetzt, sag ich mal, so eine kleine Befestigung an den Rändern. Wir sind jetzt an sich jetzt hier mit diesen Außendingern hier fertig. Jetzt kommen wir mal ein bisschen hier zu unseren großen Seitenteilen. Schnappt euch mal die Politen an die Siegtreppen. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen hier gucken. Und zwar gucken wir jetzt einfach mal von vorne gesehen wieder hier zu unserem Fahrstühlen mal hin. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach mal an der Seite. Lass mir so drei Blöcke Platz und dann setze ich mir hier insgesamt drei Treppen hin. Oh, naja, zwei Treppen an sich, ne, und dann halt zwei Umgedrehte. So, eher gesagt. Okay, dann können wir hier eine Stufenreihe einmal langziehen. Die ziehen wir uns hier komplett einmal so lang. Hier an den Ecken können wir das gerne noch einmal verstärken. Das ist, sag ich mal, so ein kleines Gerüst. Falls hier natürlich irgendwelche Techniker mal aufs Dach müssen, ne, dann können sie hier auch oben aufs Geländer oder so. Dass wir uns das hier ein bisschen vorfertigen. So, einmal rumgezogen zur anderen Seite geht es hier genauso wieder, sag ich mal, runter, wie es hier hochgegangen ist, ne. Dass wir hier zwei Treppen machen und da dann einfach so eine Umgedrehte Treppe einfach dahinter mit uns ein bisschen platzieren. So, aber bei zwei würde ich das nicht so unbedingt gelassen. Es ist so Pi mal Daumen, kann man sich hier nochmal ein paar weitere Dinger hochmachen, wie man möchte. Man kann viele machen, wenige machen. Ich wäre so Pi mal Daumen so etwa bei noch zwei weiteren. Da gehe ich jetzt einfach mal hier aus von unserem Fahrstüren und zähle einfach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. So, ab dem 15. würde ich einfach mal sagen, dass ich mir hier nochmal so eine Strebechen mache. Das kann man auch Pi mal Daumen machen, das muss man nicht genauso machen. Du kannst ein paar Blöcke mehr, ein paar Blöcke weniger dir lassen, das ist nicht so wild. So, aber um die so 14 Blöcke finde ich ganz schick. Und dann würde ich einfach sagen, ja, jetzt hier würde ich nicht so ganz perfekt aufgehen. Da würde ich einfach mal sagen, so ein bisschen Pi mal Daumen hier so die Mitte mal rausgesucht. Und dann setzen wir hier einfach auch nochmal so eine kleine Treppe hier nach oben hin. Oh, wunderbar. Und das reicht schon völlig aus, wenn man sich so vier Dinger macht, die nach oben kommen. Ne, dann passt das schon ganz gut. Ja, das machen wir natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Auch hier geht es dann erstmal wieder los mit den Treppen, ne, dass man hier so nach oben kommt. Dann natürlich noch die Stufen hier einmal wieder langziehen. An den Ecken natürlich ein bisschen dicker bauen, ne, dass man auch, sag ich mal, hier so auch gut langlaufen kann. So, und dann auch hier wieder muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man ein bisschen synchron baut wie auf der anderen Seite. Du musst natürlich jetzt spiegelverkehrt denken. Also du kannst jetzt nicht genau jetzt hier so auf diese Linie gehen und dir das dann da so rübersetzen, weil es dann gar nicht passt. Ne, dann musst du ein bisschen spiegelverkehrt hier so ein bisschen aufpassen. So, aber auch hier würde ich einfach mal sagen, nimmst du den Abstand, was ich hatte. Ich hatte ja hier 14 Blöcke. 3, 4, 5, 13, 14. So, ab dem 15. habe ich ja mir das hier hingesetzt. So, und auch hier Pi mal Daumen. Gucken wir ein bisschen, wo die Mitte ist. Bei mir wäre die jetzt hier. Okay, und auf der anderen Seite habe ich mir dann auch hier nochmal perfekt spiegelverkehrt nochmal dieses kleine Geländer einfach mal rangebastelt. Dann sind wir damit durch. Als nächstes wollen wir uns noch so ein schönes Helipad bauen. Dafür holen wir uns einfach mal ein paar steinziegelstufen raus. Dann noch ein paar Mauern davon. Dann ein bisschen grauer Beton, schwarzer Beton und gelber Beton ist heute dabei. So, und jetzt kannst du dir natürlich noch aussuchen, wo du dir dann gerne dein Helipad hinmachen möchtest. Kannst du es vorne hinmachen, kannst es hinten hinmachen, wie du möchtest. So, ich mache es mir jetzt einfach mal hinten hin. Und da fliegen wir dann hinten auch einmal hier in diese Ecke rein. Und wir haben ja, sage ich mal, hier so eine perfekte Ecke. Passt mal auf. So, dann nehme ich mir jetzt ein paar Markierblöcke. Und zwar setze ich mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke jetzt einfach mal so schräg in die Ecke. Ab dem fünften Block hier setze ich da jetzt einfach mal so eine Stufe hin. Oh, und dann kann ich die hier mal wegmachen, meine Vorblöcke. So, und von denen aus ziehe ich mir jetzt mein Helipad. So, mein Helipad hat an sich jetzt ein Maß oder so ein, ja, wie sage ich, nicht das Maß, sondern einfach die Form natürlich von einem Kreis. Und ich habe mir hier das schon mal so ein bisschen leicht vorgezogen. Also, wir haben ja, sage ich mal, hier den Einer. Von denen gehen wir dann immer so strick so Zweier, also ein Zweier mal so aus. Und von den Zweier machen wir dann ein Vierer. Und jetzt fällt euch bestimmt auf, guck mal, hier von den Vierer haben wir immer noch einen Block Abstand, bevor wir hier aufs Geländer kommen. Also, das heißt, man kann hier auch super noch drum herum laufen, ums Helipad. Auch hier so ein Block Abstand, ne, und dann kann man hier auch noch schön hochkommen. So, bei mir habe ich jetzt meinen Kreis schon mal so fertig gezogen. So sieht er dann aus, ne, wir haben hier einen Vierer, Zweier, Einer, Zweier, Vierer, ne. Das ist so das Maß von unserem Kreis. So, jetzt kommen wir mal zu unseren Mauern. Und zwar soll das hier auch ein bisschen abgestützt werden. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hinter unserem Vierer immer so zwei Mauern uns einfach mal platzieren, ne, damit das dann nicht so in der Luft einfach mal hängt. Und nochmal, um es noch stärker zu machen, hinter unserer Einern setze ich mir nochmal hier ein Einer weiter. Du kannst natürlich dir noch gerne weitere Verstärkungen unterbasteln, wenn du möchtest. Wenn du meinst, vielleicht hier noch in der Mitte, dann setzt du dich hier noch vielleicht so ein Vierer hin. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das können wir ruhig machen, dann ist es noch stabiler. Das habe ich gar nicht jetzt da gemacht. Das müsste ich nochmal machen. Aber ich glaube, hier können wir es ruhig machen. Genau. Dann ist es einfach stabiler drunter. So, dann können wir hier runter jetzt natürlich dann über eine unserer Stufe uns einmal hier platzieren. Nach getaner Arbeit sieht das dann erstmal wieder so aus, ne, dass wir jetzt überall unsere Stufen haben. Kommen wir zu unserem grauen Beton. Den platzieren wir jetzt hier einmal am Rand. Sobald wir denn hier unseren grauen Beton platziert haben, können wir die Mitte von unserem Helipad natürlich mit unserer Wunschfarbe ausführen. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir den jetzt einfach mal schwarz machen. Ich habe mir gleich schon mal die Mitte ein bisschen freigelassen, denn jetzt wollen wir natürlich noch das Haar einmal reinzeichnen. Müsstest du jetzt natürlich nochmal die Mitte suchen. Oder halt einfach, na gut, das ist jetzt ein kleiner Kreis, da findet man eigentlich schnell die Mitte. Einfach von unserem Vierer ausgehen. Hier so ein bisschen gucken, wo haben wir hier unsere Mitte von unseren zwei Jahren schon, hast du ja die Vierermitte, ne. So, da möchten wir jetzt natürlich von unserem Helipad natürlich noch das Haar einfach mal reinzeichnen. Ja, wie man Haar bastelt. Ich glaube, das muss ich nicht gerade viel zu sagen. Obwohl ja durch Corona ja überall, sage ich mal, überall jeder im Homeoffice ist. Na gut, da könnt ihr ja schon drunter ein bisschen die Schule leiden. Aber ich glaube ein Haar, das kriegen wir noch alle hin. Das schaffen wir noch. So, einfaches kleines Haar, kann man vielleicht auch, wenn man möchte, noch ein bisschen größer machen. Wen es gefällt, der macht das Haar ein bisschen größer. Ja, und schon haben wir das Helipad fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch eins machen. Ich nehme jetzt einfach hier nochmal meine polierten Anesit-Treppen. Und zwar möchte ich mir einfach hier vorne so machen, dass man auch ein bisschen hier raufkommt. So, fertig. Und schon haben wir das Helipad. Jetzt sind wir ja fertig mit dem Dach. Jetzt kann man noch ein bisschen Deko sich platzieren. Und wie das aussieht, gucken wir uns mal hier oben an. So, da sind wir oben. Ihr seht, auch hier ist mein Helipad noch da. Na, guck mal, hier habe ich so etwas ein bisschen noch größer gemacht. Guck mal, ich habe hier gleich zwei Mauern genommen. Da unten haben wir nur eine Mauer genommen. Naja, man kann es sich auch noch höher basteln. Das ist ja nicht so wild. Kann man ja machen. Ja, guck mal, da habe ich jetzt auch gar nicht... Hier können wir gleich mal berichtigen, dass ich mir das auch nochmal ein bisschen stärker baue. Hier einfach mal mit meinen Mauern. So, mache ich mal einfach hier auf zwei Mauern. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch ein bisschen stabiler aus, ein bisschen besser aus. Das kann man ruhig machen. Ja, so, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Deko-Sachen, was man sich auf seinen, ja, Tower noch hier ein bisschen platzieren kann. So ein paar Lüftungsanlagen. Pipapo, schieß mich tot. Gibt ja einige, was man sich ja hier noch platzieren kann. Hier so ein paar Variationen. Ich fliege einfach mal so rum, einfach hier auf unseren Verstärkungen, ne, von unseren Fahrstühlen und Treppen, ne. Kann man sich hier auch noch so ein paar Lüftungsanlagen einfach mal leicht drauf basteln, wenn man möchte. Da habe ich einfach synchron dann mir das auch drauf gemacht, ne, einfach hier mit, was habe ich ja genommen eigentlich, meine Neter, meine Neteritblöcke und die Schwarzsteinstufen, ne. Einfach die polierten davon so ein bisschen hier verteilt. Fand das ganz gut, sieht auch gut auf der Karte aus. Und dann sind auch hier noch überall so ein bisschen ein paar Lüftungsanlagen und Antennen hier ein bisschen hingebastelt. Auch hier oben mit Lichtlein, ne, falls irgendein Flugzeug kommt, nicht, dass der in unseren Tower reinfliegt. Von daher müssen wir das ja auch ein bisschen beleuchten. Ja, und dann kann man da auch ein paar schöne Antennen hier einfach mal basteln. Ganz easy peasy, ne, kriegst du hier hinten mit, was haben wir hier genommen? Gemeisterte Steinstiergeböcke, Mauern, Eisengitter, ne, und schon kannst du hier ein paar Antennen basteln. In jeder Form, Variation, auch hier noch vielleicht irgendwelche Lüftungsanlagen. Ja, da kann man sich ja austoben, wie man möchte, in welcher Form, Größe, ne, oder halt wie sie aussehen sollen, ne. Da gibt es ja auch viel, ne, vielleicht ein paar kleine Schornsteine, kann man sich aufbasteln. Und halt Antennen. Finde ich ganz gut. Muss man natürlich aufpassen mit einem Heli-Pad, ne, nicht, dass man zu viele Antennen bastelt. Jetzt muss ja auch noch ein Heli landen. Und da habe ich mir jetzt hier nur auf der einen Seite so ein bisschen die Lüftungsanlagen gemacht. Andere Seite ist halt ein bisschen wenig gut. Hier sind auch noch ein paar Schornsteine. Aber hier müssen wir natürlich auch später noch ein Heli hinbauen und nicht, dass der dann irgendwie in so eine Antenne reinfliegt. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die ist hier vielleicht ein bisschen gefährlich, weil die so groß ist und auch ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich glaube, wenn ein Heli kommt, der hat hier noch genug Platz, ne. Da kann eigentlich nichts passieren. Und was ich mir noch so überlegt habe, was ich ja so ein bisschen offen hatte. Und wir hatten ja, sag ich mal, ja, sag ich mal hier so eine Zweierfläche frei. Ich habe eigentlich so eine ganze Zeit mit den Gankenspiel, mir da Wasser hinzumachen. Habe ich jetzt auch gemacht, wie du siehst. Finde ich ganz schick. Man kann auch gerne Lava nehmen oder so, ne, sag ich mal, sich in die Lücke machen. Dass es so hier so runterläuft, finde ich ganz schick. Habe ich an der Seite auch gemacht. Wir haben hier zwei Variationen. Aber da kam ja auch so der Gedanke, dass man statt Wasser oder Lava, wenn man sich da runterlaufen lässt, vielleicht auch irgendwelche bunten Blöcke da platziert. Guck mal, wir fliegen hier nochmal, zack, zu unserem Bau. Und zwar jetzt hier bei dieser Ebene hier. Man könnte ja auch einfach irgendwelche bunten Blöcke sich nehmen und einfach das hier mal austauschen. Ne, und dann kann man das hier auch, sag ich mal, so runterziehen. Machst du das blau oder hier ein bisschen violett, ne. Wenn du dir, sag ich mal, komplett dann hier diesen Balken mit irgendeiner Farbe machst, finde ich auch ganz schick. Ne, da kannst du jede Farbe nehmen, die du möchtest. Oder halt ganz normal Wasser. Ne, ich wollte irgendwie Wasser nehmen. Ich wollte es, ja, ich wollte eigentlich schon irgendwas da hin machen. Weil ich welche Farbe das sein sollte, wusste ich noch nicht. Aber so Wasser dachte ich mir, ja, das kann man gut machen. Ne, unten kann man dann, sag ich mal, das einfach so in den Boden laufen lassen. Man kann ja vielleicht auch hier vielleicht irgend so ein kleines Wasserspiel machen, wenn man möchte. Aber mir habe ich das einfach ganz glatt hier einfach in den Boden laufen lassen. Ne, hat mir schon gereicht. Oh, und oben bin ich auch sehr zufrieden mit, wie der jetzt so aussieht. So ein bisschen Deku. Das muss immer sein, ne, dass da auch ein bisschen was ist. Wenn da alles so kahl ist, dann ist es immer langweilig. Sehen wir einen guten Vergleich hier. Einmal hier, so kahl kann man lassen, ne. Muss man nicht. Und einmal hier. Ich finde, das sieht immer schöner aus. Dann sind wir jetzt hiermit auch am Ende unserer Folge wieder angelangt. Unser Wolkenkratzer steht. Er ist jetzt fertig. Nur noch das Innenleben müssen wir machen. Das kommt, wie gesagt, in den separaten Folgen. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit. Und wünsche dir natürlich jetzt noch viel Spaß bei der Gestaltung deines Daches von unserem Wolkenkratzer. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Basteln und dein Haus dreien. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020